Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Syrabude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther The Broken Story. Wir legen jetzt heute richtig los, wir werden jetzt komplett tryharden, denn das Problem ist, ihr merkt, mein Kanal ist überfüllt. Es läuft theoretisch noch die Smash Bros. Nasslock, ich kann mein Inventar nicht öffnen, schade. Ich laber gleich im Kampf, ihr macht unseren Computer nicht nass. Mit wem muss ich reden, ihr ladet keinen weiteren Virus drauf. Okay. Guardians of Hope Comic, beginnen mit Pikachu. Ja, den Comic hatte ich ja schon im Originalspiel, gesagt, den habe ich gelesen und gemocht. So, worauf ich gerade hinaus wollte, mein Kanal ist überfüllt. Wir haben Animal Crossing, wir haben dieses Spiel. Es gibt theoretisch auch noch die Smash Bros. Nasslock, andere Smash Bros. Videos. Es gibt noch Mario Galaxy 2, ich will noch Mario Maker 2, das neue Update spielen. Undertale-Fan Games habe ich 1, 2 in der Hinterhand, die ich noch mal machen wollte. Es dauert nicht mehr ewig, bis die Vyros-Edition in Doom 2 beginnt. Auch die normale ist nicht mehr... Also ich sag so, ihr könnt euch bei der sowieso auf einiges vorbereiten. Ich hab schon ziemlich viel geschrieben, inzwischen fast 70 Seiten. Ja, ich bin inzwischen fast beim Hälftenpunkt angelangt. Die Vyros-Edition 4 wird lange. Okay. Und jetzt wurde eben für 7. Mai noch ein Spiel, das ich jetzt playen wollte, angekündigt. Und deswegen habe ich mal Fragezeichenmann gefragt. Ja, ey, Fragezeichenmann. Wie viel fehlen mir noch so? Wie weit bin ich denn in diesem Game hier? Und er meinte so, 10 Spielstunden fehlen mir noch. Und da habe ich mal so ein bisschen hier rumgerechnet. 10 Spielstunden, aka 20 Folgen, wenn das hinkommt. Wobei ihm die Frage ist, inwiefern es wirklich hinkommt. Zumindest er hatte selber gesagt, er hatte am Ende dann 10 Stunden zumindest angezeigt. Aber wir haben auch hier irgendwie 2 Stunden angezeigt und schon 3 oder so gespielt. Und alter, die Paralysen. 3 in diesem Modus. Und dann eben noch so eine Stunde, bisschen mehr im Vorspiele. Also ich bin mal gespannt. Das Ziel wäre eben, dieses Let's Play bis 7. Mai mindestens für mich selber zum Zocken zu beenden. Heute, dieses Video wird heute online kommen, ja, also muss ich das dazu kaum sagen. Aber falls irgendwas doch nicht klappt, 27. veranpackt. Warum haben die so viel Elektro? Warum haben die so viel Elektro? So. Und dann kommen halt noch so andere Sachen dazu. Zum Beispiel morgen, Sonntag, 26. Mache ich bei meinem zweiten Smash Bros Turnier mit. Das zweite, wo ich selber spiele. Das dritte. Insgesamt, ähm, wer auch mitmachen will. Der Amiibo, also das ist dann anderes, äh, wovon ich jetzt rede. An der Amiibo Arena Discord Server, über den ich ein Video gemacht habe. Wir veranstalten regelmäßig Turniere. Eins ist schon geschafft. Vermutlich wird im Verlauf der nächsten Woche, ungefähr heute in der Woche, das nächste stattfinden, wenn wir die Teilnehmeranzahl voll bekommen. Ich hab grad überlegt, ja, da gab's ein Konter, äh, ein Konter. Ein Evoli im Comic, ich war grad, ich hab den schon lang nicht mehr gelesen. Der letzte Comic, den ich wirklich gelesen hab, alter, greif mich an. Der letzte Comic, den ich wirklich gelesen hab, war, äh, Team Aquablaze. Auch saugeiler Comic. Ich weiß genau, was jetzt passieren wird, Leute. Oh, ich dachte, jetzt greift's an. Kann das Gegenwart angreifen? Ich hab Spaß am Leben. Das ist, dass das Projekt, das dann am 7. Mai beginnen soll, auch nicht so lang wird. Tschüss! Raaus! So, jetzt ist die Sache. Ich weiß nicht, inwiefern das Projekt jetzt für euch eigentlich anders aussieht. Scheiße, sehr, Pifo, ne. Ähm, ich hab nämlich mal ne wichtige Einstellung an meinem Aufnahmeprogramm geändert. Nämlich war's bei mir immer so, dass wenn ich irgendwie... ...so was wie, äh, Cards Against Humanity... ...ja, richtig gesehen, konnte ich nicht... Scheiß, LeManda. Nicht mehr aufnehmen, weil einfach mein Aufnahmeprogramm kein Bock hatte, irgendwie Discord gescheit nebenbei laufen zu lassen. Und jetzt hab ich die Priorität von meinem Aufnahmeprogramm runtergestellt, was theoretisch, ähm, die FPS vielleicht ein bisschen verringert im schlechtesten Fall für euch. Andererseits, vor allem in diesem Spiel merke ich das gerade, hab ich jetzt einfach deutlich mehr FPS. Und, äh, das heißt, äh, vorher hatte ich, glaub ich, vielleicht 10, 15 FPS. Jetzt hab ich hier stabile 30. Ihr hattet in der Aufnahme vorher 10 FPS, sagen wir mal. Ähm, jetzt, äh, nehm ich hier 30 auf. Es wird gesenkt. Das heißt, es kann sogar gut sein, dass ihr, äh, jetzt auch das Spiel flüssiger habt als vorher. Ja, okay, 30 FPS war, glaub ich, ein bisschen viel. Äh, warte, ich hab's schon gewonnen? Äh, äh, ich hab da ein bisschen viel gelabert nebenbei. Wie funktioniert dieser Pizze überhaupt? Ich drück einfach irgendwelche Tasten und so öffnet sich ein Portal. Äh, wir müssen hier schnell weiter. Hat unser Plan funktioniert? Lass uns nachschauen. Ich ruf euch Guardians of Light und Guardians of the Universe. Ihr seid zu spät. Was? Ich denke, das heißt nein. Wie ist das möglich? Zeitreise, babe. Digga, kein Missingno, das bitte unterlassen. Tut mir leid, euch das zu sagen, aber seid zu spät. Ich hab Hassvirus schon versteinert. Dann hauen wir sie da halt einfach raus. Wie wollt ihr erst anstellen, Kani, Mann? Ihr habt ja auch nicht rausbekommen. Ganz einfach, wir glauben nicht nur, sondern wir wissen, dass wir es schaffen. Viel Spaß. So, Random Bosskampf. Und ich weiß, das ist schon nah am Ende von Lost Worlds. Ich hab kein Bock auf Donnerwelle. Ich büte mir ein, dass irgendwie Deoxys... Ich sowieso schlucke. Ich hatte gedacht, das Ding hat vielleicht Synchro, aber nee, offensichtlich nicht. Aber es stirbt über die Hälfte vom Funkenstrich und wird paralysiert. Äh, äh, Deoxys? Äh, was? Das war kein guter Bosskampf? So, aber wir würden uns jetzt wirklich dem Ende des bekannten Lost Worlds-Bereiches nähren. Das ist so nötlich. Ich hab mehr als 100 Jahre auf diesen Tag gewartet. Äh, endlich bin ich frei. Ich hoffe, ich hab nicht zu lange geschlafen. Cani Mani, warum reden wir Englisch? Haben wir's geschafft? Die Idioten dachten, er hätte mich aufgehalten. Müssen nur. Du hast versagt Deoxys, du hättest sie alle töten sollen, aber... Er war nicht mir ein bisschen zu schwach? Er hat mir nicht einen HP-Schaden gemacht. Das war nun mein Plan. Mein Plan war eine perfekte Welt zu erschaffen, damit ich nach Hause kommen kann, egal wie lange es dauert. Mach dich bereit, ausgelöscht zu werden. Halt, Stopp. Hey, er hat dich mehr als 100 Jahre im Kristall schlafen lassen und trotzdem verteidigst du ihn. Wie naiv. Er hat nur das Recht, aber jedes Pokémon hat Recht zu existieren. Dann will ich sehen, wie du das anschli- stellen willst. Schließlich ist diese Welt lecker. Warum hört es sich wirklich so an, als würde Missingnow die Welt ein Essener? Ich dachte, er zerstört sie. Wir wissen nicht, aber wir werden's schaffen. Außerdem ist Hasbira unsere letzte Hoffnung. Dann will ich's euch versuchen sehen. Wir haben versagt, es gibt keine Hoffnung mehr. Ende. Hamham. Das ist immer noch nicht das Ende. Bist du sicher, Minun? Leute, nie vergessen. Das Film of Hope, das klickt anders. Das verstehen jetzt nur die wenigsten. Wer die Anspielung versteht, ballert's mal in die Kommentare. Schau um dich rum. So viele Retter-Teams, wie ist das nur möglich? Und sind wir alle noch am Leben oder sind wir alle tot? Ganz einfach, ein Pokémon namens Gengar warnte mich und beauftragte mich, viele Retter-Teams zusammenzutragen. Außerdem konnte ich durch die Hilfe des Geist-Pokémon durch den Teleport-Hewill in verschiedene Dimensionen reisen. Und damit ich nicht... Wewear Pokémon Mystery Dungeon Hat nix zu sagen. Okay, ich glaube, ich verstehe es. Und wo sind wir hier? Missing Now hat alle Welten zerstört und hier sind wir, um einen finalen Kampf zu besiegen. Ich hoffe, ihr helft uns. Sicher. Und so landeten Minun und Freunde im Finale gegen Missing Now. Äh, was ist... Eigentlich wäre jetzt dein Text. Was für ein Text. Ich arbeite hier echt mit Profis zusammen. Ende. Äh, was war meint? So. Das heißt, Lost Worlds ist durch. Und jetzt kommt eine neue Story. Lloyd und Saku-Fuxi. Saku, du bist ein Pokémon. Okay, das ist schräg. Aber gleichzeitig hilft uns das, Nagel zu finden. Warum das, Saku? Nagel hat immer PMD gespielt. Das bedeutet, diese Welt basiert auf PMD. Aber wo wir sind, weiß ich nicht genau. Am besten fragen wir Rom. Okay. Äh, hast... Äh, du, wo sind wir? Und weißt du, ob es in der Nähe einen Menschen gibt, der Nagi heißt? Wo kommen die beiden her? Ich muss die von Nagi weglocken. Sonst sehnert sich Nagi daran. Dass ich seine Erinnerung beeinflusst habe, damit er alles vergisst. An seine Abenteuer aus PMD. Außerdem würde er erfahren, dass ich ihn nach Silberdorf, endlich Silberdorf, verschleppt habe. Damit er und Itsuna keine Gefahr mehr darstellen. Äh, ich muss meine Aufgabe erfüllen und... Ob Nachricht bringt, dass er von uns her ist. Äh, mein Name ist Nagi. Wie toll, euch wiederzusehen. Nagi ist ja ein Shiny. Hypnose. Das ist Nagi. Shiny-Pobion existieren nicht hier im PMD. Nur hässliche Keglion. Frag nicht, warum. Ja, das ist nicht der Fall. Jetzt komm zurück, Leute. Daraufhin landet Sarko im Silberdorf. Jawohl! Und da sind wir wieder an dem Punkt, an dem 1 zu 1 die Vaiross-Edition kopiert ist. Als ich meine Augen öffnete und mich umsah, stand vor mir ein Wohlpix. Endlich bist du wach, wollte gerade nach Silberdorf, als du plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht bist. Wer bist du? Ich war ziemlich verwirrt, da ich nicht wusste, weshalb ich überhaupt die Sprache des Wohlpix verstand. Zudem wusste ich nicht, wie ich hierher gelangt war. Hallo? Kannst du auch sprechen? Es wirkte etwas ungeduldig. Oh, tut mir leid, ich bin Günther. Wo bin ich hier? Ich bin Lord Ecke. Du bist hier an der Kreuzung zwischen Silberdorf und dem Quellwald. Da wohne ich. Mir half keine dieser Informationen weiter. Ich hatte von keinem dieser Orte jemals gehört. Was? Jedes Pokémon kennt doch Silberdorf. Es ist die größte Stadt der gesamten Region. Ich antwortete ihm daraufhin, gut möglich, aber ich bin ja offensichtlich ein Mensch und kein Pokémon. Geht's dir wirklich gut? Du siehst für mich aus wie ein normales Kanimani. Ich betrachtete mich selber in der Pfütze direkt neben uns und erschrak. Er hatte recht, ich wurde anscheinend in ein Pokémon verwandelt. Aber gut, ich glaub dir. Nun verstand ich noch weniger als vorher. Wirklich? Ich denke, ich würde mir selbst in so einer Situation nicht glauben. Ja, ich glaub dir. Ich hab sowas vor langer Zeit schon einmal erlebt. Ich hab ein Pokémon getroffen, das einmal ein Mensch war. Und zusammen konnten wir letztendlich die Zerstörung der Welt verhindern. Aber dann verschwand er. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Wenn du möchtest, kannst du erst einmal mit zu mir nach Hause kommen, solange du nicht weißt, was du hier tun sollst. In diesem Moment konnte ich fühlen, wie traurig Lord Ecke wirkte, als er über dieses Pokémon redete. Doch ich war froh über sein Angebot, denn er hatte recht. Ich hatte keine Idee, was ich tun sollte. Komm aber erstmal mit nach Silberdorf. Ich hab dort etwas zu tun und treffe mich mit meinen Freunden. Dann kann ich sie dir vorstellen. Bevor wir aufbrachen, war ich ihnen um einen gefallen. Aber, Lord Ecke, ich glaube, wir sollten ihnen nicht sagen, dass ich ein Mensch bin. Sie würden es nicht glauben. Ich merkte, dass er enttäuscht war, aber es verstand. Walrus Edition. Gengar Rückblende. Halte dir Anton, die Badmanken-Waumpl entführt. Wir müssen ihm helfen. Hallo, kannst du mich hören? Nein, du kannst mich nicht hören. Ich will den Text hier lese, den ich dir schicken. Äh. Das ist doch, guck mal aus, Super Mystery Dungeon. Mein einer hat ein bisschen anderes Anliegen an dich. Doch zuerst musst du mir sagen, ob du männlich oder weiblich bist. Du schlust mich an, seitdem ich in diesem Zeitraum, was auch immer, wolfsvoll bin. Und weißt immer noch nicht, wie ich aussehe. Du wirst ein Scheinungs. Ich will die... Nein. Will ich nicht reden? Jeder? Nur die Kechs. Ja, äh, wo waren noch mal... Wo waren meine anderen noch mal genau? Nenn mir die Antwort auf die ersehnte Frage. Bist du bereit? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Vor allem weiß ich nicht, wie du heißt. Mein Name ist und du musst retten. Warte. Wir beginnen jetzt mit dem Hauptspiel, was eben im Original, The Broken Story, das Hauptspiel war. Es ist inzwischen auch relativ offensichtlich. Das, was neu ist im Vergleich zum ersten Spiel, was wir bisher hatten, war die Geschichte von einer Mission, die Scheinungs und Anton im ersten Spiel bestritten haben. Bei der sie durch einen Dungeon mussten, um dann, äh, dort, äh, diesen Nago, der sich als Nagi ausgibt, zu besiegen. Auftraggeberin ist Saku und Leid muss damit gerettet werden. Der Bosskampf, den ich irgendwie viermal mache. Oh Mann, ich sitze in der Patsche. Mann? Hey, wach auf. Kein Bock. Das ist nicht lustig, ich brauche Hilfe. Endlich haben wir dich eingeholt. Mann, hat das lang gedauert. Nun, dann kommst du uns nicht mehr. Warum tut ihr das? Wir wollen über die Erde regieren und unseren eigenen Staat kreieren. Mehr und mehr, mehr und mehr Macht. Ihr existiert erst einmal. Warum sind die jetzt auf einmal wieder so? Und zweitens. Das ist so Virus-Edition ganz vertieft gelohr. Aber wir sind hier jetzt in Silberdorf. Also eindeutig in der Welt der Virus-Edition. Deswegen muss ich mich darüber jetzt ausscheißen. Ich beschwere mich über sowas. Denn Pokémon Mystery Dungeon Virus-Edition spielt in einer anderen Welt als die Retter-Team-Spiele. Auch Portale und Super Mystery Dungeon spielen in anderen Welten. Nur Team Himmel in derselben. Wenn Team Übel so schnell wie der Schatten gibt, geht die überhaupt und bekämpft sich. Ich glaube, jeder ist so schnell wie sein Schatten. Ich glaube, das beantwortet meine Frage nicht. Angriff? Warum kann ich nicht in solchen Momenten Kopfschmerzen bekommen? Aus Versehen auch. Ah, mein Crash. Was wirst du bereuen, Anton? Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber es muss mit dem Typen da zu tun haben. Ich fühle Wind. Hier will nicht mal Wind. Ich höre eine Stimme. Ja, ich stehe direkt vor dir. Hallo. Morgen, hä? Äh, guten Morgen. Vielen Dank für die Rettung, Freunde. Mein Name ist Anton. Wir sprechen das Anton. Ich gehe jetzt ganz langsam ein paar Schritte zurück. Ich fühle es gerade. Ich bin genau drin. Warum bist du so überrascht, dass ich sprechen kann? Jedes Pokémon kann sprechen. Sogar du. Ich bin ein Mensch. Du siehst aus wie ein Scheibuchs. Lass mich sehen. Du hast recht. Ich bin hässlich. Aber wie kann ich mich daran nicht erinnern? Wenn ich nur nachdenke, bekomme ich Kopfschmerzen. Hey, das ist doch mein Job. Ähm, wie heißt du denn? Mein Name ist... Kann ich übernehmen. Super, Günther ist ein toller Name und der wird gar nicht verwirrend. Ähm, Günther, hast du irgendeine Idee, was du hier machen wirst? Ich kann mich an nichts erinnern. Daher gibt es auch nichts, woran ich glaube. Außer Arzheus im Himmel. Okay, wenn das so ist, willst du mein Partner werden? Wir würden miteinander kämpfen und andere Pokémon retten. Aus technischen Gründen, die ich dir jetzt nicht genauer erklären kann, gibt es nur eine Option. Das ist doch immer so. Das ist immer so. Wir reden hier über Mystery Dungeon. Es stehen zwei Möglichkeiten da, die dasselbe sind. Hurra, folg mir. Ich führ dich nach Silberdorf. Wir sind jetzt ein Team, Günther. Warum habe ich jetzt ein Gegengift bekommen? Au, was war das? Äh, tut mir leid, wir konnten ihr Kind noch nicht zurückbringen. Danke, dass ihr es versucht habt. Du bleibst jetzt gefälligst im Haus. Nein, das werde ich nicht tun. Sie sind in der Meistung, Bo. Gar nicht mehr. Die Shop-Besitzer und Schulmitglieder haben was anderes zu sagen. Im Froschhaus kann man vor den Dungeon kommen, wenn man die Treppe nimmt. Ah, ha. Willkommen in Silberdorf. Ich wohne gleich im ganz rechten Haus. Falls du dich ausruhen musst oder so, geh einfach da hin. Außerdem gibt es hier Shops und links eine Schule für Pokémon. Restlichen Stände sind alle Läden. Die kannst du sicher gut gebrauchen für dein Abenteuer. Was willst du als erstes machen? Ich meine, nicht so, als hättest du einen Plan, wie du deine Bestimmung herausfindest. Datentern Punkt. Ohne Info werde ich nicht sehr weit kommen. Es gibt wieder eine Option, weil... Ich könnte Leute fragen, ob ihnen schon sowas untergekommen ist und ob irgendwas die Welt bedroht. Ja, sowas ist sicher schon ganz, ganz, ganz oft vorgekommen. Keine Sorge. Die meisten Leute in Silberdorf sind sehr freundlich. So wie ich. Ja, dann gucken wir uns hier um. Ich und mein Partner stehlen nicht von Keckleon, sonst klont er sich. Alter. Scheinungsgang! Boah, du musst jetzt aus der Reihe tanzen. Glaub mir, von Keckleon zu stehen ist keine gute Idee. Schminter! Ja! Schminter! Und das ist also auch anscheinend was hinzufahren. Ach, warte, bist du dann exakt? Ich hab so ein Gefühl, als würde mein Name aus Pokémon-Misten-Dungeon-Erkundungsteam hinweg die Leute von Ginta aus der Bena-Bude geklaut. Das gute alte Team-Date-Walkot! Ah, ich hab nie im Leben erst zweieinhalb Stunden in dem Modus verbracht. Ihr wisst jetzt, was ich meinte vorhin. Team-Date-Walkot! Oh weia, sowas hab ich noch nie gehört. Aber wenn meine Blumen sprechen können, könnten sie dir vielleicht sagen, ob sie was wüssten. Danke! Nee, von sowas hör ich das erste Mal. Moinsen. Wieso gehen diese Boxen so leicht kaputt? Äh, als würde sowas existieren. Mein Name ist Keelix und wie ist dein Name? Oh, mystische Ops, sag mir, ob ich sowas schon mal gesehen habe. Nein, es hat sich in eine dumme Glaskugel verwandelt. Oh, hier sind so viele. Hey Leute, man kann mich nicht vergessen, ich bin schließlich ein legendäres Pokémon. Nein. Hier sind Rettungsjobs egal, es gibt eh zu viele davon. Liebe ist, meinen Partner zu ärgern. Das ist gut. Feu-Riege? Sag dir doch, ich bewege mich nicht von der Stelle. Mit dir hab ich schon geredet, ich werd so oder so irgendeinen vergessen. Ich hoffe, mit meinem Partner ist alles in Ordnung. Er wird in letzter Zeit so abwesend. Ja, weiß halt nicht, wer es ist. Ich möchte diesen Ort niemals wieder verlassen. Ein toller, glücklicher Tag heute, oder? Das war nie so kompliziert, wie Pikachu das sagt. Was sagt Pikachu? Glaubt, ihr wollt auch nicht in den Rob-Monster-Raum reingeraten. Meine Held... Äh, warum? Ob ich von sowas weiß? Persönlich schaut es mir nur in den Rücken. Oh, willkommen beim Raichu-Meister. Ich bringe Attacken, von denen du nur träumen kannst. Womit kann ich die? Würde gern wissen, ob es schon mal ein Vorfeld gab, wo ein Mensch zu einem Pokémon wurde. Und die Welt in Gefahr war. Sehr ungewöhnlicher Kundenwunsch. Reibt sich am Ohr. Nee, da kommt mir nix hoch. Außer, wo ich einmal trainiert habe, um meinen Rival-Pikachi zu besiegen. Ich konnte mich nicht bewegen. Zwar soll es, wäre ich zu Stein geworden oder eingefroren. Paralyse. Danke für die Auskunft, auch wenn das nix gebracht hat. Nee, war wieder eine Erde! Doppelpunktee! Das war kein Doppelpunkt. Ähm. Die Musik weiß ich grad nicht, ob die eine andere ist als ein... Och nö, ich kann schon wieder das Inventar nicht öffnen. Ich denke mal, ich werde das noch können. Wir haben letztens ein Pichu gerettet. Ach so, das meinte das Pichu. Da stehen Günther und Leupecke. Hab ich was für Menschen in Pokémon? Die vorhin Pokémon wurden weiß. So ein Schwachsinn habe ich lange nicht mehr gehört. Und zwar seit... Zum Hafen geht's da da aus! Was? Zu euch komme ich gleich. Ich mag gern Kaugummi, denke ich. Denkst du aber nur. Wie kann man das nicht wissen? Passt gut auf eure Boxen auf, die gehen leicht kaputt. Hier ist es schön sonnig am Tag. Ein Jahr muss immer fokussiert auf sein Zielzeichen. Meine Zeichnungen sind echt gut, obwohl ich keine Hände hab im Moment. Zeit, Helden-Taten anzustellen. Ich find's super, wie eigentlich mehr als die Hälfte hier Menschen sind. Äh, bis zu diesem Zeitpunkt sind wir unbesiegbar. Irgendwann will mein Partner nach Hause. Ich mag am liebsten heiße Teile, ich nicht. Es ist wie Ruled34 sagt. Wenn es existiert, gibt es ein Bootleg davon. Halt, das ist doch ein toller Teil, um zu graben, oder? Nein. Mann, hier ist es schön. Angeblich komm ich auch in der Geschichte vor. Nur hab ich keine... Immer noch? Ich hab dir das sogar alles erklärt, als du mit diesem Spiel angefangen hast. Das ist aber gar nicht saftig. Eine Geschichte von Günther, wo ich vorkomme. Ich dachte mir, Latias käme drin vor. Geht genau dasselbe. Ich dachte, wir hätten das alles geklärt. Fragezeichen, Mann. Da bin ich jetzt hoch enttäuscht. Äh, ja. Äh, Leute, 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 Leute. Ich hab grad den verrückten Traum gehabt. Ich hab'n gefangen in einer Welt mit Fröschen. Oh. Richtig. Ich glaub, ich bin hier im falschen Universum. Ich geh mal wieder. Hä, muss ich da nicht dann die Treppe nehmen zum Dungeon? Naja, jetzt sowieso noch nicht. Kann hier nicht rein. Eine unsichtbare Mauer will's nicht. Ähm, hab ich sonst alles gesehen mit jedem Gesch- Ne, hier oben fehlen mir safe welche. Mann, diese Stadt ist echt schön. Silberdorf ist krasseste Stadt. Sans. Eine Sekunde, heißt ja auch immer Sanji LP. Okay. Ich lieb's einfach spaßsam, um zu reden. Äh, die GoPro-Videos. Mein Feuer geht mir auf die Nerven. Hier gibt's viele Bäume. Ich hoffe mit Ultra-Let's-Play. Der hat echt Probleme mit Bäumen. Ganz vorsichtig, sonst schreibt wieder jemand um Hilfe. Mag eigentlich nicht, wo ich die Mystery Dungeons mitbiss. Zum Duschen schadet mein Feuer. Glaub mir, Wasser ist toll. Äh, Glumander duschen schadet auch nicht. Es gibt heiße Quellen. Ist trotzdem Wasser. So, hier sind dann noch mehr Pokémon. Mollen sie. Hab ich mal so einen Vorfall? Was weiß? Sorry, darüber? Ganz haft, sehe ich aus, als hätte ich einen mysteriösen Hut oder sowas. Tut mir leid, ich hab keine Ahnung, von was du redest. Was? Sorry. Er wirkt abwesend. Am besten nicht stören. Ja, wenn ich daran denke, bekomme ich Kopfschmerzen. Tut mir leid, auch. Und wer, Kopf kann euch nicht weiterhelfen. Ich glaube, ich hab was Wichtiges vergessen. Oh Mann, hab ich von sowas in den Augen gehabt? Nein. Auf die Stunde ist bald rum. Jeder in der Schule immer. Ein Menschen Pokémon hat sich zwar vertraut, aber ich weiß von da nix. Ich weiß nicht mal, wieso wir in der Schule sind. Und ja, Kaninagi und Itsuna, Super Mystery Dungeon Team von Tsunagi auf YouTube. Hier darf ich rein? Ach stimmt, hier chillt grad ein YouTube. Willkommen in der Allmix-Kirche. Hier wird mal mit Cliffhanger belohnt. Egal, was jetzt ist. Für diese Folge war's das. In der nächsten Folge von Pokémon Günther The Broken Story geht's dann weiter in diesem Abschnitt des Spiels. Bis dann und ciao.